Ich finde Rassismus einfach schlecht und sinnlos, weil ich selber aufgewachsen bin, umgeben von Leuten, die aus anderen Kulturen kommen und weil ich sagen kann, dass man eigentlich nur viel von anderen Kulturen lernen kann und viel von Leuten, die von anderen Orten der Welt kommen und der Wert eines Menschen besteht nicht darin, was für eine Hautfarbe er hat und woher kommt, sondern was für Entscheidungen er trifft und wie er sein Leben lebt. Und deswegen bin ich kein Rassismus.